Spätestens seit dem Jahr 2023 ist das, was sich hier drin befindet, eine echte Chance. Denn sie haben bestimmt von der Mehrwertsteuererhöhung beim Silber mitbekommen. Und viele Menschen waren schockiert, dass dies über Nacht passierte. Doch ein Metall hat damit die Sperrspitze der Chancenpositionierung erreicht. Denn mit dieser Platin-Münze richtig gehört Platin als hervorragende Chance in diesen Zeiten, bietet sich nun die Möglichkeit, neben Silber ein weiteres Edelmetall im Portfolio beizumischen, das langfristig in meinen Augen enormes Potenzial bietet. Und dieses Stück als eine Unse Platin-Flamingo aus dem Jahr 2022 hat es deswegen in sich, weil das Motiv, wie wir es hier sehen können, wunderschön und seltener ist als die meisten Elefanten- und Löwenmünzen dieser Welt. Aber auch die Auflage von nur 100 Stücken weltweit und das Echtheitszertifikat sowie die Box machen diese Münze zu einem echten Hingucker. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich nicht nur an dieser Optik erfreuen können, sondern vor allem auch langfristig von einer Wertsteigerung profitieren, die die Vorgängermünze bereits erstaunlich bewiesen hat. Denn der Jahrgang 2021 liegt derzeit schon fast 1000 Euro über dem Ausgabepreis dieser wunderbaren Münze, von der wir leider nur noch drei Stücke in unserem Online-Shop haben. Hier geht es zum Produkt im Online-Shop. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platin-Flamingo und ich würde mich freuen, wenn Sie auch in dieser Playlist vorbeischauen, in der ich spannende weitere Gold, Silber und Platin-Produkte vorstelle.